Meine lieben Angehörigen, Freunde, Bekannte und Abo-Zombies, wir haben uns heute hier versammelt, um einem treuen Angehörigen die letzte Ehre zu erweisen. Und, und, und... Ja, was auch immer. Naja, um's aus dem Punkt heraus zu sagen, Himmel auf Erden ist abgebrochen. Das neue Projekt folgt, wahrscheinlich morgen. Tüdelü. Ja, das Bild ist mit Paint erstellt.